Jetzt gucken wir mal, ob die funktioniert. Ja gut, jetzt ist es schon wieder ein Jahr vorbei. Letztes Jahr auch. Bedankt für all die Mädchen Glückwünsche. Das mache ich heute wieder. Zog jetzt die Fixe, zog die Brille drauf. Das ist der Bett. Dein Robert nur Scheiße. Das muss jetzt funktionieren. Weil jetzt läuft's. Also vielen Dank für all die Glückwünsche. Da ist Albert und ich dachte, jedes Jahr denkt ihr an ich, findest du eine super Luft, dass ihr immer alle wieder an mich denkt und gravuliert über Fazerburg. Es ist eine recht persönliche Geschichte. Dann habe ich gedacht, ich spiele heute wieder was für euch. Das heißt, die Disharmonie. Dann geht's um die Zeit, weil die rennt, ne? Deshalb. Holt die euch alle. Vergeht's gut so. Doch wir haben die Tochter. Die ist so lieb. Für sie hat die Disharmonie. Ich glaub, sie mag mich wirklich nicht. Seh das bestimmt, ich mag ein Stich. Nur mehr davon, wenn ich sie brauch. Braucht mich nicht noch angehen. Kann ich freien, so viel ist schlimm. Sie ist so stur und so still. Sie ist so stur und so still. Sie ist so stur und so still. Durch mich hoch und zieh schon weg. Wenn ich nicht mehr stütziere, sie ist recht. Sie lässt mich schnell nicht lustig. Und ich frag mich, ich frag mich jetzt noch. Nimm mal das viel zu stark vergeht. Und deshalb, nimm mal das viel zu stark vergeht. Nimm mal das viel zu stark vergeht. Na, ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß, ich kümmer die. Die Zahn ist nicht nur ein bester Freund. Sie geht nach Warn. Sie zückt und rennt. Sie zückt und rennt im Tag. Sie zückt und rennt. Sie geht nach Warn. Genau, sie zückt und rennt. Zeugelig, zeugelig, wir haben ja wirklich nichts Zeugelig, zeugelig, ich freue mich, wird das nichts Zeugelig, 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 ich freue mich, wir haben ja wirklich nichts Zeugelig, ich freue mich, wird das nichts Das kann man nicht machen, das funktioniert halt nicht Zeugelig, 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 ich freue mich